Heute, äh, äh, gucken wir uns mal die weiteren Klassen an. Bist du schon neulich verhandelt? Ähm, ja. Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Weil du brauchst... Ja, ich wollt grad sagen, du hast doch gar keinen Link. Was steht dann heute an? Ähm, heute steht Baba an. Und, äh, der Schurke. Ja, der Groke. Variant Groke. Einmal kaltes Mal, Alter, Gart. Ja, und Paladin. Und Paladin, genau. Alter und Paladin. Das sind auch nochmal, also, äh, wahrscheinlich hier so ein bisschen Gas geben, weil die haben nämlich extrem viele Sachen jetzt. Also, ich glaub, alle Klassen sind mittlerweile draußen. Und die haben schon zu Spells, zu Crafting und zu Drachen was gemacht. Äh, äh. Mhm, Monk ist auch draußen, ja. Reader. Ja. Und die Zeiten einfach. Reader 35 Minuten. Mhm. Ja, wahrscheinlich White Shape. Gibt's ein bisschen was da drüber zu erzählen, geh ich mal schwer davon aus. Ja, der neue Monk. 40 Minuten. Mhm. Und dann, wann so ein Fixer und das alles gucken. Ja, das ist auch wieder wahr. Wir brauchen einfach, wir brauchen einfach, äh, wir brauchen einfach, äh, wir brauchen einfach, äh, urlaub. Äh, oder, äh, äh, oder, äh, äh, let's go. A lot new inside our friend who loves to launch into a rage and charge into battle. So, first off, the Barbarian, like several of the other classes that focus on weapon use, now gets weapon mastery at first level. So, just as weapon mastery transforms how the fighter plays and the rogue plays and others, it's going to transform how the Barbarian plays, depending on which mastery properties the Barbarian player decides to unlock for their Barbarian. Uh, I'm guessing many Barbarians are going to be cleaving quite a bit. Mmh, yes. Um, but there are also other really tasty options for the Barbarian who wants to take their weapon and just wreak havoc. So, so a noble Barbarian. There's more. Uh, we at first level have also made it easier for Barbarians to maintain their rage. Yeah. Any of us who, you know, play Barbarians and love playing them know sometimes the complexity of, can I keep my rage going? And with that in mind, we've made it so that if there's no one nearby, no enemy nearby that you can attack to keep your rage going, Uh, you now have the option of either forcing an enemy to make a saving throw with one of your abilities. Uh, this, by the way, is a nice boon for Dragonborn Barbarians who can keep now their rage going by using their breath weapon because that forces people to make saving throws. Oh, nice. But even better, you also have the fallback option now as a Barbarian of simply burning your bonus action once your rage is going to keep the rage, uh, it's fires blazing as you continue the Barbarian. Ja, quasi, ne, also, das würde bedeuten, genau, du wirst halt immer deine Bonus-Action einfach dafür geben und ich glaube, der Barbarian hat auch nicht so viele Bonus-Action, die er machen kann, außer Ragen, oder? Ragen ist ja an sich schon eine Bonus-Action, soweit ich weiß, oder? Ja, ja, Ragen ist eine Bonus-Action, äh, und ich glaube, er hat auch gar nicht gesehen, was die noch großartig hätten. Ja, ich glaube, die haben auch sonst. Der Barbar ist halt ja im Moment stumpf, der macht Rage und haut drauf. Genau, ja. Das ist halt der Classic, mehr macht der ja nicht. Deswegen. Und, aber, aber, jetzt wird's aber ein bisschen, dann wird's halt ein bisschen komisch, wie, also, wenn er seine Bonus-Action dafür benutzen kann, theoretisch, wenn er jetzt mal ganz smart und, 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 also, oder vielleicht dumm ist, dann würde man auch außerhalb des Fights einfach sagen, man tut die ganze Zeit seine Bonus-Action verwenden und die ganze Zeit Rage. Theoretisch schon. Dann hättest du aber, dann hättest du wirklich immer Advantage auf Strength-Saving-Throws, soweit ich weiß, und auf Dexterity-Saving-Throws. Und auf Strength-Ability-Checks. Ich glaube, während du Rage hast du auch, äh, ja, ich glaube, du hast auch Advantage auf Ability-Checks. Okay. Glaube ich zumindest. Also, könnte man, könnte jemand Schlaues einmal nachgucken. Ähm, ich finde, das ist ein Fall, kommt es mir vor, ich habe noch nicht viel Barbar gespielt. Weil es gar nicht so schwer ist, finde ich, Rage zu behalten. Also, normalerweise nicht. Du kannst doch eigentlich immer angreifen, obwohl, äh, bei manchen Barbaren ja auch irgendeine Rage-Attack oder sonst was, ob da jetzt ein Javelin ist oder was auch immer. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Du kannst eigentlich immer Damage machen oder kassierst Damage. Ja, 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 normalerweise schon. Es gibt wahrscheinlich die ein oder andere Situation, wo man, wo, wo es halt schwierig ist, seinen Rage aufzuhalten. Na gut, wir hatten doch aber auch, ähm, in, in deiner Story spielt Eva doch auch einen Barbaren. Wir hatten doch auch schon die Situation, wo Eva die, äh, ihre Rage nicht wirklich aufrechterhalten konnte, oder? Ja, das war aber eher so nach dem Motto, ähm, zwischen den Fights, ne? Ihr wart im Fight, dieser Fight war vorbei und, aber der Fight hat direkt im nächsten Raum, äh, war der nächste Fight. Hm, ja, okay. Aber wenn der Fight abgebrochen war, ist der Rage halt auch weg, in der Zeit her. Ja, aber nee, du hast Advantage und Strength, äh, Strength Checks. Ja, okay. Also alles, was mit Strength ist logisch, ja. Ja. Beschwütend, einfach mit Stärke zu tun, ja. Ja, ja, ja. Ist schon logisch, okay? Ja, gut, okay, okay. Und unsere Thinking hier war, dass, seit wir euch die Rage mit der Bonus-Aktion aktivieren, why not allow you to keep it going with Bonus-Actions? This has also been core to a lot of the design philosophy in the book of, this is the identity of this class or this subclass. Why not allow you an easier path towards that identity? Absolutely. In every case, we want to take what is special about a class, protect it, amplify it, and see if there are new ways we can allow you to engage with your class features and feel like, in each case, you are the most archetypal version of your class. So with that in mind, Barbarians get even more. At Level 2 in Danger Sense, we've now made it so that you no longer have to see the source of danger to benefit from this feature. And the only thing that turns Danger Sense off now is being incapacitated. We really wanted to lean in harder to the Barbarian having this preternatural sense of danger. And whether the Barbarian sees it or not, they get, you know, it's almost like their Spider Sense. Something wrong is about to happen. My Spider Sense are tingling. Okay, that's... Passive to run, immer. Ja, that's is halt... Das is krass, ey. Nee, auch wenn du... Also, du bist nicht incapacitated, wenn du penst. Das heißt, das ist nicht, wenn man pennt. Nee, wenn du penst, bist du nicht incapacitated. Das heißt, wenn wir da jetzt pennen durch, dann... Und vor allem, ähm, vorher war's auch so, wenn du blinded or deafen bist, hast du den auch nicht. Das... Also, das bedeutet, du kannst blind sein, du kannst auch taub sein. Du kriegst halt immer diesen, ähm, äh, Danger Sense. Ja, blinde Barbar spielen. Alter. Ey, das wär halt wirklich so. Da könnt man wirklich nen blinden Barbar spielen, weil man halt einfach das Feature nicht verliert. Man würde trotzdem auf Dexterity-Saving-Throws einfach, äh, Advantage bekommen, ne? What the fucking hell? Wird sie abgeballert und sie geht da nur wie so'n blinder Barbar alles trotzig durch. Ja, einfach backflipp... Einfach backflippender Barbar da rumspringen, jawohl, nice, sehr schön. Ja, einfach backflippender Barbar. Ja, einfach backflippender Barbar. Ja, einfach backflippender Barbar. Und was ist die Antwort? Ich hau drauf! Mein Bein ist gebrochen. Wir brechen das andere Bein. Wir brechen das andere Bein. Medicine, ich bin der Genius hier. Letztes, wirst du gehalten. What? Okay, also ich kann's ja für Bestimmte vielleicht verstehen, dass man das dann noch mit Strength oder so regeln kann. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dass man halt Intimidation dann mit Strength regeln kann, weil man halt den anderen quasi irgendwie schüttelt oder was weiß ich mit ihm macht oder ihm droht, einen kleinen Finger zu brechen. Arcana-Check. Uff, Arcana-Check, einfach mit Strength. Ich bin magisch. Ich bin einfach Marshall, tue ich einfach mit voller Wut gegen die Mache. Das ist halt wirklich so, ja. Ich dachte, du die Antwort bekommst. Alter, Alter. Okay, das ist ein bisschen weird. Das ist echt ein bisschen weird. So, aber okay, okay. Ja gut, er kann halt jetzt mal perma-rage. Er könnte theoretisch perma-rage anhaben, aber er hat ja trotzdem, müsste er ja nur bestimmte Flots haben. Hey, warte, war das mit Rage gekoppelt? Warte, ich mach mal kurz. Ja, ja, kurz weg, ja. Ja, okay, ja, kurz weg, ja, okay. ...particular ability checks. Just keep in mind, this is going on during their rage, and their rage always involves them tapping into this deep well of primal power, and it is effectively a supernatural ability that it is transforming how they are making these ability checks. Before rage was only useful and the barbarian wanted to destroy something, well, now the barbarian can also tap into their primal power to give themselves a presence, a control that will assist them in other situations as well. That's perfect. I love this. And primal knowledge is actually one of my favorite things that we've done in the barbarian, because I love playing this class, and I really like the idea of allowing barbarians to tap into their primary feature and feel like it's benefiting them in every adventuring context. And the cherry on top is this feature also gives the barbarian another skill proficiency, because we wanted the barbarian to feel even more well-rounded in terms of their capabilities. Perfect. So we also have a brand new feature at level seven called instinctive pounce. And what this allows the barbarian to do is leap forward or backward or whatever direction the barbarian wants when activating their rage. This is an optional class feature. When we get up to level nine, we get to one of those new features that gives the barbarian a new way to use one of their core features. And this is a theme we've already touched on in talking about the fighter and the rogue of us looking for ways to give different classes new ways to use their core shtick. And so brutal strike is a new feature that replaces the old brutal critical. Brutal critical in the past did not score particularly well in satisfaction surveys. And also, unfortunately, sometimes never came up for unlucky barbarian players who almost never crit. And so for us, it was really begging for replacement. And that's why we've replaced it with brutal strike. And what brutal strike allows the barbarian to do is if they are using their reckless attack feature, which they still have from their 2014 version, if they're fighting recklessly, you can forego the advantage on your own attack roll. So you're still accepting everyone else has advantage to hit you. Okay. To deal even more damage if you manage to hit. And in addition, add on an additional effect. And so we have several effects you can add on that allow you to push someone back and follow them. Also, you can slow someone down. And then at higher level, we give you other ways that you can use brutal strike. And the extra damage at higher level goes up. Now, probably the wheels that are turning in your head is this isn't only a cool way to really maximize reckless attacking. It's also a way to combo with your weapon masteries. Yeah. So the barbarian can not only start using these cool new effects when they're using their reckless attack, they can also create some truly devastating combinations by combining several of these effects with whatever masteries they currently have unlocked. Again, if you want to be very successful at pushing people back, you're using a great club, use weapon mastery on that to push people back. And then on top of that, as a barbarian, you're pushing them back. All with that one attack. It's a lot. It's a lot. Yes. Man heatet sich einfach nur noch weg und okay, also, ich find, ich find's nice. Ich, ich find's nice. Ich habe ja gerade mal Brutal Critical da so links hier so ein bisschen angeguckt. Es hört sich halt echt scheiße an. Also, es hört sich halt wirklich, also, es ist halt wirklich nicht gut. Ähm, also, du, du kannst einen weiteren Damage Die rollen, wenn du, äh, wenn du ein Critical Hit machst. Du grittest aber trotzdem nur bei einem 220, das ist halt extrem selten so. Und du kriegst zwei bei 13 und drei bei 17. Das ist unbelohnt. Also, das spürst du ja nicht. Das ist halt total unbelohnt. Und das so, find ich geil. Einfach, einfach, weil ich's wieder, ich find's halt, ich find's halt ultra, äh, wenn man einfach Optionen hat mit seinem Charakter. Genau. Das ist halt. Du kannst den Fight komplett ändern. Also, wie man den Fight angeht, wie man den finishen will. Genau. Das, ich find, das, ich find das, ich find das einfach's nice. Das muss. Äh. Äh. Und es ist mir ein viel zu sein. Ja. So, wir in der Core-Class haben auch Improved Relentless Rage. Das war ein Featured das Barbarians hatte vorher, das Helden sie in den Krieg, wenn sie zu 0-Hit-Points sind. Aber in der Vorstellung, es war zu easy für die Barbarian zu Bounce zurück, aber so wenig Hit-Points, dass ein Monster dann einfach nur wieder drop sie wieder. Und so all of the features in the Player's Handbook that are like this, because there are several different classes, subclasses, and even species in the case of the Orc that have a feature like this of sort of dodging death. We have looked at all of them and made it so that they are a bit more effective than they were before, so that we can lessen the likelihood that you will, again, dodge death only, basically dodge one and as you're moving get hit by another because you came back with so few Hit-Points. Now, of course, there's still the risk that you will come back and particularly if the monsters really have it out for your character that they will drop you again, but we've again made it so that it's, it is not so easy for that to happen. So let's move on to the Barbarian subclasses. Yeah, so we have a brand new subclass in the form of the Path of the World Tree and then we have the Path of the Berserker returning as well as the Path of the Wild Heart, formerly known as the Path of the Totem Warrior. And then we also have the Path of the Zealot, a subclass that originally appeared in Xanathar's Guide to Everything and has been transformed in its migration from that book to this book. Should we start with the Berserker? Yeah, yeah, it's tried and true and very, the most barbarian barbarian. Yeah, so the Berserker is the classic barbarian subclass. Now, despite that fact, it was also a pretty low satisfaction subclass in the past, largely because its main ability, frenzy, forced the barbarian to gain levels of exhaustion, which made people often hesitant to use their subclass's main ability. So when we returned to the Berserker for this book, our main goal was redesigning frenzy, that we need to make it so that this feature feels fun to use and will make people excited to have this subclass. And thankfully through the Unearthed Arcana process, we got to a place where people who were participating in that process gave the thumb. I think the Frenzy, also the Berserker, the Berserker had it also in Biders Gate. And there was also, 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 there was also a level of exhaustion, when he had Frenzy made, right? I think, yeah, but personally, I've never played it. Yeah, I think, I've tried it. and I found it, I found it, I found it a little doof. Why? Also, I mean, every Fähigkeit, where you're a Debuff or a Nachteil gives, is not so cool. Yeah, it's really, also, there can I just understand. It's not too much. Yeah, there can I just understand, that when you're a Level of Exhaustion, especially with the Exhaustion Regions, the D-Beyond itself has, and then I'll just do it. Because they've created sick, they mean it's unknown. That's all right. Oh, they've taken it really烦. Yeah. The main finde ich halt, bei mir haushole ich das ja anders da. Wir haben ja bis zu 10 und du kriegst einfach nur minus 1 auf alles, was du mit einem D20 würfelst. Was dann Exhaustion halt, genau. Was Exhaustion wieder nicht ganz so schlimm machen würde, was auch den Barbaren dann wahrscheinlich gar nicht so schlimm machen würde, wenn er das Frenzy benutzen würde. Pulver. Weil er dann halt einfach nur, er würde halt nur minus 1 da drauf bekommen und würde bei einem Long Rest halt wieder normal sein. Wobei das halt auch schon ein bisschen auch, auch dass das halt einen ganzen Long Rest dauert, bis die Exhaustion weg ist, ist halt auch ein bisschen bisschen doof, weil du halt wirklich mehrere Long Rests brauchst, um dann alle Exhaustion weg zu haben, aber naja, okay. Ist halt so. ...thumbs up and said, yes, the new Frenzy is exactly what we want to see. Yeah, this build, this subclass is terrifying now. Yes, yes, it's supposed to be. And really at its heart, Frenzy, just like the new Brutal Strike in the base class, is now building on core features, and in this case, again, Reckless Attack. That if you are a Berserker and you are using Reckless Attack, this now allows you the Frenzy feature to deal more damage once per turn, and it does not cause you to get exhausted while doing it. The trade-off as with Brutal Strike is, again, whenever you're using Reckless Attack, it means other people have advantage to hit you. But that is kind of a bread and butter for the whole barbarian experience. The barbarian experience is literally risk and reward. Exactly. And we've designed the whole class that way. It's about, you know, how much are you willing to take for some spectacular... Yeah, but that is... Also, that macht ja auch nur Sinn, genau. Das macht ja nur Sinn. Du bist doch ein Barbar. Du gehst voll in Rage. Du blendest einfach alles aus und hackst deine Gegner einfach nur in Stücke und gibst einen Scheiß da drauf, ob dein Gegner dich jetzt hittet oder nicht. Du tradest Lebensbalken. Genau. Du tradest einfach Lebensbalken. Ich stelle mir halt immer so ein Barbar vor, der fetzt halt mit seiner Great Axe da rein. Der ist blutüberschmiert, wenn der aus dem Fighter rauskommt. Hat zig Waffen in sich drinstecken und steht einfach da mit einem großen Grinsen, hält seine Pumpguns nach oben und sagt So, ne? Also, so stelle ich mir halt einfach einen fucking Barbaren vor. Und das ist genau das, was der sein sollte. Und das finde ich halt gut, dass sie das jetzt endlich erkennen und das halt genau so abändern. Den finde ich gut. Der Elmo-Gegner Druckhaut, guck den an. Jetzt bist du dran. Schlag zum. Schlag, schlag. Schlag. Get me, bro. ...feats of martial prowess and whatever else you're doing with your rage and your class abilities. But that wasn't the only thing we improved. We also in the mindless rage feature we made it so that the charmed and frightened conditions aren't just suppressed by that feature, they're now ended by it. So the berserker can now just say nope to being charmed or frightened because, again, their rage is just that powerful. and then we also took the berserker's retaliation ability that used to be at 14th level and moved it down to 10th level because we wanted you to have that fun of doing retaliatory strikes sooner in your barbarian career. And then we took intimidating presence which used to be at 10th level. We moved it up to 14th and we didn't just move it up. we also made it way more powerful. Previously, intimidating presence had you target just one creature and try to freak them out. Now, in contrast, it's as many creatures as you want within 30 feet of you and it's just a bonus action to do it. Perfect. As you try to strike terror into a bunch of creatures around you and be Because it's just a bonus action, Und das bedeutet, dass du auch deine Taks oder was anderes, was du mit der Aktion auf dem Turn machen kannst. Und das bedeutet, dass du mit der Aktion auf dem Turn machen kannst.